Ich begrüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Kartenlegerin und Medium und ich biete auch Beratungen an. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Es ist die Video für Lisa. Lisa ist natürlich nicht die richtige Name, aber ich möchte diese Aufnahmen anonym behandeln. Kurz beschreibe ich die Lebenssituation für Lisa. Sie ist 50 Jahre alt. Sie schrieb, sie befindet sich gerade in einer Lebenskrise. Eine langjährige Beziehung ist zu Ende. Sie hat eine neue Begegnung mit einem jüngeren Mann und es fühlt sich etwas unsicher an. Und sie möchte eine Geburtshoroskopanalyse. Liebe Lisa, das ist dein Video und ich möchte erst mal bedanken für diese Anvertrauen und ich fange an, dein Horoskop zu analysieren. Du bist im Tierkreis zeichnen Jungfrau geboren. Dein Aszendent ist auch Jungfrau. Nicht nur die Sonne steht im Jungfrau und die Aszendent, was dein Geburtsmoment symbolisiert, sondern dein Mond steht im Jungfrau und noch einigen Planeten. Auch Venus, die Liebesplanet, auch Merkur. Das ist die Planete für Kommunikation, wie du mit anderen kommunizierst. Und noch einigen Planeten. Das bedeutet, ganz ganz viele Planeten befinden sich im Tierkreis zeichnen Jungfrau und das im zwölften Haus. Wo ich die Analyse beginnen möchte, ist zum Erklären, dass in diesem Tag, wo du geboren bist, war Neumond. Und Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, in gleichen Tierkreis zeichnen, im gleichen Gradzahl stehen. Wir wissen auch, was ein Neumond ist. Aber ich erkläre das. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne. Und wenn die beiden sich treffen, wie in deinem Geburtstag, dann bedeutet das, dass der Mond kein Licht reflektiert für uns. Also der Mond ist unsichtbar. Das hat eine große Bedeutung. Nach innen schauen. Wir sehen die Licht nicht draußen, weil das ist im Nachtdunkel. Es ist Neumond. Der Mond ist unsichtbar. Und wir richten uns die Aufmerksamkeit des Inneren. Und wir entdecken in solchen Momenten das inneren Sonne, das inneren Licht. Ich finde es wichtig zu betonen, dass du in diesem Tag geboren bist. Wenn ich dein Geburtshoroskop aber betrachte, die Mond bewegt sich schneller als die Sonne und läuft auf die Sonne zu. Und es ist noch nicht ganz diese Neumondposition, sondern es steht kurz davor, wenn ich das exakt betrachte. Das bedeutet, dass in diesem Uhrzeit, in diesem Moment, wo du geboren bist, hat die Mond noch nicht erreicht, die Sonne, aber ein paar Stunden später ja. Und es wäre diese paar Stunden später, diese exakte Verbindung zwischen den beiden Lichtern, ein klarer und deutlicher Botschaft nach innen schauen und das Licht, das Sonne in innen suchen. Und weil die beiden Lichter Sonne und Mond ganz nah stehen, aber noch nicht ganz erreicht, das heißt, das ist noch 3 Grad Unterschied. Mit anderen Worten, der Mond ist 3 Grad entfernt von der Sonne und der Mond muss noch diese 3 Grad Schritte machen, bis das exakt Neumond ist. Und das war der Geburtsmoment. Das heißt, hier ist notwendig, Schritte zu machen. Und da sehe ich deine Aufgabe, diese Schritte zu machen, nach deiner inneren Sonne zu suchen oder entdecken. Und da habe ich noch mehrere Hinweise dazu, dass ich da richtig liege. Es ist nämlich, auch die Tierkreis zeichnen Löwe, ein Einfluss auf deinen Geburtsmoment. Du bist zwar in Tierkreis zeichnen Jungfrau geboren und die Tierkreis zeichnen Jungfrau stieg im Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang in diesem Moment, wo du geboren bist. Aber wird bestrahlt dieser Augenblick von dem Planet Jupiter, was auch Glück verspricht in deinem Leben. Und dieser Glück kommt von den Löwen. Und versuch mal das auch betrachten, dass die Tierkreis zeichnen Löwe in dein Leben Glück bringt, weil hat dich begrüßt in deinem Geburtsmoment. Und dann stehen wir schon etwas näher, was ich damit meine, macht diese drei Schritte, diese drei Grad, diese drei Schritte zu diesem exakten Neumond in dem heutigen Tag, also beziehungsweise im Tag, wo du geboren bist, weil im selben Tag war auch dieser Neumond, also in deinem Geburtstag. Aber du hast ein paar Stunden vorher geboren, bist du ein paar Stunden vorher geboren, bis es überhaupt so weit gegangen ist. Und wenn du diese drei Schritte machst, dann triffst du genau in diesem Moment. Und dieser Moment ist aber eine klare Botschaft. Diese Sonne leuchtet nicht draußen, sondern es leuchtet in dein Inneren. Und damit dir das bewusst wird, brauchst du dazu die Bewusstsein. Und das vermittelt die Tierkreis zeichnen Löwe, weil von Tierkreis zeichnen Löwe aus ist die Jupiter, bringt dir in dein Leben das Glück. Weil in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ich könnte sagen, die erste Atemzug, die erste Atemzug, dieser Moment, diese Aszendent, das ist nichts anderes wie diese Aszendent, Und in diesem ersten Atemzug, Jupiter ist mit dir in Verbindung getreten. Das heißt, Jupiter hat den Geburtsmoment schön bestrahlt. Und es ist ein Hinweis, eine Botschaft, eine Information. Die Löwe hilft dir, weil die Löwe gibt dir das Glück. Und das zu verstehen, was für Glück ist hier gemeint, ist wichtig zum Wissen, dass über die Tierkreis zeichnen Löwe die Sonne herrscht. Also, die Herrscher ist die Sonne. Und wo findest du diese Sonne? Das sagt dir die Neumond. Nicht außen, sondern in dein Inneren. Das heißt, dein Inneren stahlt diese Sonne. Abgesehen davon, dass in unserem Sonnensystem wird Jupiter auch als inneren Sonne bezeichnet. Weil Jupiter ist ein Abbild von unserem Sonnensystem. Und mit seinem Monde bildet sich ein kleinerer Sonnensystem innerhalb von unserem Sonnensystem. Also, es ist nicht umsonst, dass du gerade von Jupiter diese Botschaft erhalten hast. Das heißt, mit anderen Worten, bringt dich selbst ins Licht. Und weil das alles im Neumond passierte, dieser Licht kommt nicht von außen, sondern durch deine Ausstrahlung, durch dein Inneren, durch dein Denken und Fühlen, durch dein Bewusstsein, durch deine inneren Sonne, schaffst du diese Energiefeld nach außen und erzeugst, dass du innerhalb, in der Gesellschaft oder dein Leben, ein kleineres Sonnensystem. Ich kann das nur so vermitteln. Es gibt unserem Sonnensystem und innerhalb unserem Sonnensystem entsteht ein kleinerer Abbild. Und das ist Jupiter mit seinem Monde. Und übertragen in dein Leben. Du befindest dich in Gesellschaft oder Mitte in dein Leben, in dein Schicksal. Und da sollst du dein Selbst zeigen. Und das kommt nicht von außen, sondern das kommt von deinem Inneren. Und du brauchst diese drei Schritte zu machen. Aber der Erfolg ist dann, wenn du erkennst, dass diese Sonne an deinem Inneren leuchtet und es dazu dich bewegt, diese Kraft, diese inneren Kraft, diese Ausstrahlung nach außen zu bringen. Und ich muss das auch noch erklären, dass dieser gesamte Planeten, diese Ballung von Planeten, was du im Tierkreiszeichnen Jungfrau hast, ganz vier Planeten, was die ganzen Planeten stehen bei dir im Tierkreiszeichnen Jungfrau, das befindet sich im zwölften Haus. Und das hat eine ähnliche Aussage wie dieser Neumond, diese Nach-Innen-Schauern. Was ist dieses zwölfte Haus, was man als Verborgenen nennen kann? Das bedeutet, dass vor du geboren bist, also du warst noch im Mutterleib. Kurz vor dein Geburt ist im Osthorizont die Tierkreiszeichnen Jungfrau aufgestiegen mit diesem gesamten Planeten. Die haben den Weg vorbereitet für dich und dann erst dann bist du geboren. Das war kurz vor dein Geburt. Die Sonne ist vor dir im Osthorizont aufgestiegen. Das war der Sonnenaufgang. Der Mond ist im Osthorizont aufgestiegen, hat den Tag erblickt. Und auch Venus und Merkur, vielen Planeten, die sind schon geboren. Und du warst noch in diesem Augenblick, in dieser Zeit im Mutterleib. Das heißt, diese Energie, was deine Persönlichkeit ausmacht, Weil wer soll sonst deine Persönlichkeit prägen, wenn nicht Sonne und Mond? Und dann kommt natürlich auch Venus, die Weiblichkeit dazu. Und Merkur, auch die Kommunikation oder wie du dich präsentierst im Leben. Die Kontakte zum anderen Menschen. All das, was eigentlich dein Wesen ausmacht, die sind schneller, als du geboren bist. Und dieser Moment, wo sie schon wirksam waren, warst noch im Mutterleib. Das heißt, du warst noch im Verborgenen. Und erst dann hast du die Tageslicht erblickt. Und erst dann hast dein erster Atem zugeholt. Und damit hat dein Leben begonnen. Und diese Energie, was eigentlich auch du bist, ist immer noch im Verborgenen. Und wartet drauf, geboren zu werden. Es ist alles noch im Mutterleib. Natürlich nicht wortwörtlich. Aber ich versuche das mal so zu erklären, weil das Licht im Verborgenen. Und deine Aufgabe ist, diese drei Schritte zu machen. Dann erreichen diese Neumundposition. Und das ist für dich dann wie eine so neue Geburt, eine zweite Geburt. Und das ist dieses Bewusstsein, dass du deine Sonne an deinem Inneren hast. Dass du diesen Planeten in deinem Inneren hast. Und dass das immer da war. Seit du geboren bist, war das immer da. Aber das wartet drauf, in Licht zu kommen. Das wartet drauf, das in Öffentlichkeit zu zeigen. Und dazu brauchst du diese Ausstrahlung, das Präsentieren, wer du überhaupt bist. Sonst ist es schwierig, dir dieses Gefühl zu bekommen, dass du wahrgenommen bist. Ich bin sicher, du bist wahrgenommen von anderen Menschen. Das kann Freundschaften sein. Das kann die berufliche Situation sein. Oder Familie. Aber auch die Partnerschaft. Aber du hast nicht das Gefühl, dass du wirklich wahrgenommen bist, so wie du bist. Und das führt zu, dass du in manchen Situationen sogar enttäuscht bist. Also bringt dich selbst im Licht. Und ich habe mal was gewagt, dich in eine neue Geburt zu setzen. Und ich habe mal das gewagt, astrologisch, diese drei Schritte zu machen. Diese drei Grad, was nicht viel ist und nicht weit entfernt, dass der Mond die Sonne erreicht. Wie eine neue Geburt. Sonst ist alles noch im Mutterleib. Alles noch im Verborgenen. Und ich habe das, diese Geburt mal gewagt, diese drei Grad. Und ich habe die ganze Horoskop gedreht, zu diesem Augenblick, wo die Mond die Sonne erreicht hat. Und dadurch entstand für mich ein neuer Horoskop. Ich werde zu deinem richtigen Geburtshoroskop zurückkehren. Also ich werde nach wie vor dein Geburtshoroskop erklären. Aber ich habe diese drei Schritte, was wichtig ist für deine Neugeburt, mal astrologisch berechnet. Und dadurch entsteht im gleichen Tag, also das ist der selbe Tag, wo du geboren bist. Aber die Uhrzeit hat sich verändert dadurch. Ich habe den Mond verschoben und dieser drei Grad verschoben bis zum Neumond. Und was glaubst du, was dabei draus gekommen ist? Die Mittagssonne. Das heißt, die Jungfrau, was dich prägt, weil du bist in Jungfrau geboren. Dein Mond, was die Gefühle symbolisiert, ist auch Jungfrau. Dein Ascendant ist Jungfrau. Und viele Planeten hast du in Jungfrau. Ich habe diese drei Grad Mondbewegung erlaubt. Und dadurch, dass sich die Uhrzeit verschoben hat, für mich ist es wie eine Neugeburt, dich zu befreien von diesem zwölften Haus. Und ich habe diese Befreiung astrologisch durchgeführt. Und du stehst in dem höchsten Punkt im Horizont. Und das ist die Mittagssonne. Und es leuchtet in vollen Kraft. Und das ist die Öffentlichkeit. Und das, was du brauchst, dich durch diese drei Schritte in Öffentlichkeit bringen, im Licht zu bringen, die Mittagssonne ist sichtbar, dann leuchtet mit vollen Kraft. Und diese Energie hast du an dir, diese volle Kraft. Und bei diesem neuen Horoskop, ich habe das fotografiert und ich werde bei E-Mail am Anhang dir schicken, dass du etwas vertraut bist. Damit möchte ich nicht sagen, dass du jetzt ein paar Stunden später geboren bist, sondern diese paar Stunden macht dir etwas aus, weil dadurch kannst du deinen inneren Sonnen erkennen. Weil das ist diese Notwendigkeit, diese drei Schritte zum Wagen, mehr Verständnis zu zeigen zu deinem Wesen oder was du erreichen kannst. Dieser Prozess, dieser Veränderungsprozess. Und bei diesem neuen Horoskop, bei diesem exakte Neumondhoroskop, steigt die Skorpion im Osthorizont auf. Und in dem Moment, wo du dir bewusst bist, oder hast du diesem Bewusstsein, dass du dich in die Mitte stellst, dass du dich präsentierst, dass du in die Öffentlichkeit gehst, dass du verlangst diese Bewunderung von anderen, hast du eine ganz andere Ausstrahlung und das ist nämlich die Skorpion als eine magische Ausstrahlung. Dieser Horoskop werde ich dir schicken, aber ich kehre jetzt zurück zu deinem ursprünglichen Horoskop, weil das ist nur die Entwicklung, die Schritte, wie du deine inneren Sonne entdecken kannst, wie du dein Bewusstsein arbeiten kannst und das kannst du stärken, wenn du dich im Mittelpunkt stellst, wenn du die Öffentlichkeit gehst, wenn du zeigst offen, was du kannst und dass dieser Verborgenen ins Licht kommt. Wichtig ist bei dir, bei diesem Neumond, dass dieser Licht, was du an dir hast, andere auch ausstrahlt. Anstrahlst, andere sehen das auch, aber du traust es noch nicht zu. Also das ist wichtig, dass du diese Befreiung hast, diese Neugeburt hast, dass du über die Grenzen gehst und wagst diese Schritte. Und was dabei dir hilft, das ist der Jupiter, was dich im Geburt begrüßt hat und begleitet dich. Du hast eine schöne Verbindung zu deinen Aszenden für deinen Geburtsmoment von Jupiter in ein ganz starker Zeichnen und das ist die Löwe und genau diese Löwe brauchst. Diese Löwe befreit dich und das ist die Botschaft von Jupiter. Wenn schon Neumond ist und der Mond kein Licht hat, dann entdecke die Licht an dir, an deinen Inneren und dann hast du die passenden Planeten, weil Jupiter ist die inneren Sonne in unserem Sonnensystem und mit seinen Monden bildet innerhalb ein inneres Sonnensystem, was ein Abbild ist. So wie im Großen, so ist es im Kleinen, sagt auch die hermetische Gesetze. Also das wäre für dich wie eine Neugeburt, es wäre für dich eine Befreiung, es wäre ein anderer Moment und das wäre die Licht und das ist diese drei Schritte, diese drei Schritte, deine inneren Stärke, deine inneren Werte, deine Talente, deine Fähigkeiten ins Licht zu bringen und nicht in einer Schattenposition ein bisschen, sondern in voller Licht. Das ist die Mittagssonne, das ist die Kraft, das ist die Kraft, also voll im Mittelpunkt zu stehen und dabei hilft die Löwe. Und die Löwe, also die Menschen, die Löwengeborenen Menschen stehen im Mittelpunkt, und die kann man nicht übersehen, weil die haben dieses natürliche Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Das entspricht dann ihrer Natur. Und diese Löweneigenschaften befreit dich von diesem Hintergrund, dieses zwölfte Haus, was dich ein bisschen in die, oder gibt dir das Gefühl im Hintergrund zu sein, sondern es braucht eine Art Befreiung und du bist nicht dazu gewohnt, in Schattenseite im Leben zu sein oder im Hintergrund zu sein. Natürlich kennst du dich da aus und kannst hinter den Kulissen schauen und hast was Geheimnisvolles, ganz klar, aber es ist wichtig auch, dass du in Öffentlichkeit stehst und dass du diese Schritte präsentierst. Dann würde ich mal ansprechen, die Tierkreis zeichnen wieder, hat auch eine Bedeutung. Warum ist die Tierkreis zeichnen wieder so wichtig? Du bist nicht im Wiedergeboren, du bist im Jungfrau geboren, hast Aszendent Jungfrau, aber die Schicksalsplanet Saturn befindet sich im Tierkreis zeichnen wieder und das ist, wo dein Schicksal führt, wo deine Lärmaufgabe hast. Das ist im Partnerschaft Haus, dort befindet sich nämlich die Tierkreis zeichnen wieder. Aber die Wider sagt nochmal eine Botschaft. Erstens, in Tierkreis zeichnen wieder hast Fortuna das Glück. Du wirst es in deinem Horoskop, im Computerprogramm nicht so erkennen, weil es ist meine eigene Berechnung und ich gehe in die alten Quellen zurück, was Claudius Ptolemius berechnet hat, die alten arabischen Astrologen berechnet hat. Also ich habe diese Berechnung übernommen und nach dieser Berechnung, was nicht identisch ist für die Computerberechnung, nach dieser alten Quellen, nach dieser Berechnung, ist dein Glück im Wider, ist dein Glück in Partnerschaft. Und das ist Fortuna, weil es die Glück einfach, das musst du nicht erarbeiten, sondern das bekommst von Schicksal, von Schicksal diese Glück. Also Partnerschaft ist das Glück da und im Bereich Tierkreis zeichnen wieder. Also das ist mal auch wichtig zu erkennen, da in diesem Bereich hast du das Glück. Aber Saturn erschwert dieses Weg, weil Saturn schenkt dieses Glück nicht, sondern Saturn vermittelt eine Lernaufgabe. Ist auch rückläufig und das heißt, das hat mit alten karmischen Erfahrungen auch was zu tun. Das heißt, du hast in alten Karma Enttäuschungen erlebt im Liebe Partnerschaft und dieser Rucksack, diese alten karmischen Erfahrungen hast in diesem Leben bekommen. Das begleitet dich immer noch. Das heißt aber nicht, dass dieser Rucksack, du wirst dein Lebensende schleppen muss, sondern irgendwann sollte man in dieser Rucksack reinschauen und die überflüssigen Dinge einfach entfernen, sonst ist es zu schwer, dann ist dieser Lebensweg zu schwer. Also sollten wir das erleichtern. Und das sind Erinnerungen, Enttäuschenden, ihre Erinnerungen bezüglich Männer, bezüglich Liebe, bezüglich Partnerschaft. Und die Bede sagt klar und deutlich aus, Neuanfang, wie ein Neugeburt. Einfach vertrauen und das Glücklicht auch da, dieses Glück auch erkennen und nicht so schwer nehmen, sondern versuchen, das mal spielerisch machen oder das Vertrauen auch. Du brauchst hier eine gewisse Wandlung und nicht die Fehler machen und bei jeder Partnerschaft mal von Anfang an vermuten, dass es zu Trennung führt, dass es zu Erdäuschungen führt oder misstrauisch zu sein, sondern unbeschwert, leicht, spielerisch, jeder Neuanfang. Und das ist diese Lernaufgabe, was du hast, weil du hast immer noch eine inneren Unsicherheit. Du hast das Wunsch, du hast die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität in Partnerschaft. Du möchtest auch das in Ordnung zu bringen, aber bist unsicher. Und dann gibt es noch das Gefühl dazu, die alten Enttäuschungen und es sind teilweise auch karmische Erlebnisse und Enttäuschungen und das, was deinen Rucksack belastet. Und da aufräumen, das heißt loslassen und bei jeder Begegnung, auch bei deiner jetzigen Begegnung, weil du hast diesen jüngeren Mann vor kurzem kennengelernt, einfach sagen, das ist was Neues und wir beginnen sauber, rein, ohne Belastungen, ohne Erinnerungen, sondern jeder Mensch ist anderes, eine Chance zu geben, dass es funktionieren kann und Fortuna, die Glück hier im Partnerschaft aus, im Tierkreis zeichnen wieder, verspricht auch, dass du auch Glück hast. Da hast du nochmal hier eine Energie in diesem Bereich, zwar nicht im Partnerschaft aus, aber immer noch im Tierkreis zeichnen wieder, aber das übergeht schon in den nächsten Hausbereich, Lebensbereich, das ist das achte Haus. Also ich betone nochmal, dieser Energiefeld betrifft nicht die Liebe Partnerschaft, aber betrifft die Wandlung. Und das ist die Energie von Lilith. Ich erkläre mal, was Lilith bedeutet, weil das hat einen Bezug zu deinem Mondknoten und das ist die karmische Knoten, deswegen ist es auch wichtig, diese Lilith auch zu erklären. Lilith ist kein Himmelskörper, sondern Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel. Und dieser Schnittpunkt befindet sich im Mondumlaufbahn und das ist der weiteste Punkt aus der Erde ausgesehen, was der Mond überhaupt erreichen kann. Und dieses Energiefeld, was Lilith vermittelt, das sind die Sehnsüchte, die Wünsche, die Bedürfnisse, die Träume, aber das scheint uns zu weit, zu weit entfernt zu sein, so dass wir das gar nicht zutrauen. Und das ist bei dir die Wiedereigenschaften. Es betrifft nicht deine Liebe Partnerschaft, weil das ist nicht im siebten Haus, was die Partnerschaft symbolisiert, sondern das ist schon die Skorpionhaus, die achte Haus, zwar im Tierkreis zeichnen Wider, aber das ist die Wandlung. Du brauchst eine Wandlung, eine Neugeburt. Dann sind wir wieder in dem gleichen Thema, was ich am Anfang gesagt habe. Eine Wandlung, dir bewusst zu sein, was die Wider symbolisiert. Und die Wider hat, vielleicht würde ich mal so erklären, dass die astrologischen Jahr beginnt mit dem Tierkreis zeichnen Wider mit Frühlingspunkt. Das ist das Neuanfang. Das ist auch die Beginn an etwas. Und wenn wir die Lebensbereiche betrachten im Horoskop, dann hat die Tierkreis zeichnen wieder eine Analogie zu der Geburt, zu Aszenden, zu dem ersten Haus. Und drückt aus, ich bin. Ich bin mit mir selbst bewusst. Und da hast du diese Lilith-Energie drin. Die Wunsch, die Sehnsucht, vielleicht unbewusst. Unbewusst im Klaren zu sein, wer bin ich überhaupt? Warum bin ich geboren? Wo ist mein Weg? Die Fragenstellung, wer bin ich? Und das drückt diese Lilith-Energie aus. Aber kommt gleichzeitig auch, weil das ist typisch von Lilith, diese Ablehnung. Man rennt davon. Die Bedürfnis ist da, das zu wahrzunehmen. Aber vielleicht durch die Erziehung oder durch Ängste. Man drückt sich davon. Und das ist vielleicht wieder hilfreich, damit bewusst zu sein. Einfach mal die Frage stellen, wer bin ich? Was macht mir aus? Was will ich erreichen im Leben? Ganz unabhängig von Familie. Ganz unabhängig von Freude. Ganz unabhängig von Kollegen. Und ganz unabhängig vom Partner. Sondern, das zählt nur du. Wo du die Frage stellst, wer bin ich? Was möchte ich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mein Schicksal, mein Leben gestalten? Ohne das Gefühl zu haben, dass das egoistisch ist. Und dann kommst du näher zu dieser Lilith-Energie. Weil das sind die unbewusste Wünsche und Sehnsüchte. Und da in diesem Bereich befindet sich dein aufsteigender Mondknoten. Und dieser aufsteigende Mondknoten ist auch kein Himmelskörper, sondern auch ein Schnittpunkt im Himmel. Das ist die Mondumlaufbahn, kreuzt die Eklipte, wo sie sich die zwölf Tierkreiszeichen befinden. Und genau an diesem Punkt trifft sich die beiden Knoten. Und interessant ist, weil das ist auch eine interessante Mischung, dass Lilith noch im Wider ist und die Mondknoten schon im Grenzen. Also es ist schon astrologisch zu Tierkreiszeichen im Stier zugeordnet, aber das ist null Grad, null Minuten und ein Bogensekunden. Also das ist exakt in Grenzen. Mir scheint es so zu sein, wenn du versuchst, flüchten von Wideraufstier und versuchst etwas festzuhalten oder Sicherheit oder Stabilität irgendwo zu bekommen. Oder diese Bequemlichkeit des Stieres oder diese Harmonie, diese ruhige, diese bequemliche. Irgendwo die Sicherheitsstabilität suchen, aber ja nicht die Frage stellen, wer bin ich. Vielleicht lege ich falsch, ich möchte das nicht jetzt hundertprozentig behaupten, dass es so ist, aber irgendwie dieses Gefühl bekomme ich dabei. Weil die beiden, die Mondknoten und die Lilith ist so nah und doch nicht, wenn diese Nähe eine Verbindung darstellt und es drückt klar und deutlich die Tierkreiszeichen wieder aus. Und es ist dieses Bild, ich bin es, unabhängig von anderen und ich bin mit mir selbst bewusst. Und es hilft dir auch, deinen inneren Sonnen zu entdecken, das im Licht zu bringen, das Ausstrahlen, das alles hängt zusammen. Und du aus Erziehung oder aus Angst oder wie auch immer, diese Neigung hat diese Lilith-Energie davonlaufen. Und wenn die Mondknoten gerade dabei ist, davonlaufen und versucht, versucht in Grenzen übergehen, schon im Stier. Er schafft das nicht, weil das ist noch nicht ganz über die Grenzen, sondern er steht gerade in diesem Zaun. Also exakt, ein paar Millimeter genau in diesem Punkt steht und schaut nicht zurück in Wider, sondern schaut mal Richtung im Stier rein. Das heißt, wirkt schon die Stierenergie aber noch nicht angekommen wirklich, sondern es ist so haargenau im Grenzen. Und da vielleicht Gedanken machen und diesen Mut zu haben und sagen, ich laufe jetzt nicht weg. Ich schaue auch nicht auf diesen Bereich des Stieres, was ich nicht jetzt abwerten möchte. Also überhaupt nicht. Das ist ein wunderbarer Tiergrätszeichnen und das soll man auch genießen. Aber du schaffst erst diesen Schritt, was die Stier verspricht, die Sicherheit, die Stabilität, die Harmonie, etwas zu befestigen. Das ist auch Erdezeichnen. Das ist bodenständig auch und mit einer Jungfrau-Betonung hast du selber auch diese Bodenständigkeit und diese Struktur und Harmonie und Bequemlichkeit. All das ist wunderschön im Leben. Es ist auch ein Venuszeichnen. Es ist schön. Die Stier ist schön. Und das hat auch mit dem Selbstwertgefühl auch etwas zu tun. Hat auch mit Finanzen auch etwas zu tun. Mit Werten auch zu tun. Und du bist so wie in Grenzen, aber noch nicht die Grenzen überschritten. Aber du schaust in diesen Stier rein. Aber wie erreichst du diesen Stier? Wenn du die Lilith-Energie erkennst und das ist der Rückblick. Du schaffst über die Grenzen gehen, wenn du noch zurückblickst auf diese Lilith-Energie. Und die Lilith ist nicht im Stier. Die Lilith ist im Wider. Und das drückt auch Ich Bin. Du brauchst dieses Bewusstsein. Und wenn du dieses Bewusstsein hast und es verinnerlicht hast, dann hast du schon die innere Sonne. Und dann kannst du diese innere Sonne repräsentieren, ins Licht zu bringen. Und dann hast du über die Grenzen diesen Schritt gewagt. Und dann kannst du die Stier genießen. Weil die Stier kann, die Tierkrieg zeichnen, Stier kannst, das ist wirklich das Genuss auch. Dann kannst du das auch genießen. Und diese Grenzen von Ich Bin, dieses Bewusstsein, erstmal das Verinnerlichen und dann sagen, das habe ich geschafft und ich genieße jetzt das Leben. Ich lebe jetzt die Stier. Das ist ein Schritt vor und zurück, vor und zurück. Und das passiert im achten Haus. Und das achte Haus ist die Wandlung. Das heißt, du befindest dich da in einer Transformation. Besser zu verstehen, erkläre ich mal die Lilith-Energie oder die mythologische Geschichte dazu. Lilith war die erste Frau von Adam. Dann kam später Eva. Und Lilith hatte eine göttliche Abstammung. Und Adam war menschlich. Und die Götter damals, oder so beschreibt die Mythologie, möchte jetzt nicht religiös werden, aber in Mythologie steht es so geschrieben. Die Götter haben beschlossen, Lilith zu Adam zu schicken, dass die beiden sich verlieben. Die haben unterschiedliche Herkunft. Adam war menschlich und Lilith göttlich. Und die beiden haben sich verliebt. Und dann kam zu Sexualität. Das heißt, eine Vereinigung, die männliche und weibliche Kraft. Und dann hat sich Adam stärker gefühlt, oder wie das Geschichte erzählt, Adam lag überhalb von Lilith. Und es drückt symbolisch aus, ich stehe über dich. Und Lilith hat diese Position etwas gestört und hat sich besinnt nach ihrem Herkunft und hat durch ihren Herkunft über Adam gestellt. Und das führte dazu, dass Lilith zurückkehrte im Himmel und hat Adam alleine gelassen. Später kam Eva und so war Adam und Eva. Aber vor Eva gab diese Geschichte mit Lilith. Es muss jetzt nicht wortwörtlich verstehen. Es ist ein Symbolsprache. Und das drückt aus, dass die beiden, Lilith und Adam, haben eine Verbindung zueinander. Und das ist die Gedanken, könnte man sagen, wie eine telepathische Verbindung. Das sind die Gefühle, die Liebe, was die beiden verbindet. Und Lilith könnte das gut machen und zurückkehren zu Adam, dann hätten sie diese Liebe lieben können. Aber Lilith hat sich davon gedrückt und war immer diese Entfernung da. Aber die Sehnsucht, diese Sehnsucht war nach wie vor zwischen den beiden. Und diese Lilith-Energie, was ich wiederhole, nichts anderes ist, als ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn. Und das ist der weiteste Punkt, was den Mond überhaupt erreicht. Und dann kehrt Richtung Erde zurück. Der Mond kreist um die Erde. Und von der Erde aus gesehen scheint es zu weit zu sein. Und diese Energie, diese Weite entdeckt an uns eine Art Wunsch oder Sehnsucht nach etwas. Aber wir neigen dazu, das nicht glauben, nicht wahrnehmen oder versuchen das zu verdrinken, weil wir meinen, das ist zu weit weg. Und dann kommen die Erklärungen, ich kann das sowieso nicht, ich habe das nicht verdient oder ich kann das nicht. Entweder kommt das aus Unsicherheit oder aus Erziehung her. Und in diesem Punkt hast du diese Energiefeld und das drückt die Tierkreiszeichnung wieder aus. Es ist nicht im partnerschaftlichen Bereich, wie ich schon sagte, sondern das ist die Wandlung. Und die Mondknoten, deine karmische Lernaufgabe eigentlich, weil das ist die aufsteigende Mondknote. Das, was du lernst, wie du dich entwickelst im Leben, befindet sich in diesen Grenzen. Die Grenzen zwischen Wider und dem Grenzen zwischen Stirn. Du möchtest natürlich die Stirn leben, die Sicherheit, Stabilität, die Ruhe, die Harmonie, die Bequemlichkeit. Ein schönes, ruhiges, harmonisches Leben in Sicherheit und Stabilität. Und das sollst du auch in diese Richtung gehen, weil das zeigt dein Weg. Das zeigt die aufsteigende Mondknote. Das ist dein Weg. Aber bevor du in diesem Weg beginnst, du stehst nicht direkt drin im Tierkreiszeichnen Stier mit diesem Mondknoten, sondern du bist in einem Zwischenstadium. Zwischen Wider und Zwischenstier. Das heißt, der Weg führt dich zu dieser Sicherheit, Stabilität und Harmonie und ein schönes Leben, wenn du umdrehst und schaust, was habe ich hinter mir. Weil direkt hinter dir ist Lilith, diese Lilith-Energie, diese Wünsche und Sehnsüchte. Und gleichzeitig aber die Unsicherheit, gleichzeitig diese Gedanken, ah, das ist zu weit weg, das erreiche ich sowieso nicht. Und das macht unsicher. Und die Stärke hast du, wenn du diese Unsicherheit überwindest und sagst, okay, ich schaue nach hinten, da ist diese Lilith-Energie, da habe ich irgendwelche Wünsche, Sehnsüchte, ja, dann schaue ich mal das an, was das ist. Und wenn mir das bewusst ist, dann weiß ich, dann mache ich einen Schritt vorwärts. Und das ist nur ein Schritt und bin ich schon im Tier drin. Und da habe ich ein schönes Leben in Harmonie und Ruhe und Sicherheit und Stabilität. Und was hinter dir ist, hinter deinem Rücken und du sollst nur umdrehen und es wahrnehmen, das ist diese Lilith-Energie im Wider. Und im Wider einfach mal die Fragen stellen, wer bin ich? Ich bin mit mir selbst bewusst. Ich habe diese Kraft, ich habe diese Stärke. Und mal ausblenden für einen Moment deine Umgebung, Familie, Eltern, Geschwister oder Bekannte, Freunde, Partner. Nur für einen Moment bist du, nur du alleine. Diese Bewusstsein, ich bin's, ich bin geboren. Und in dem Moment aktivierst diese Wandlung, kommst mehr in dein zwölfte Haus, was noch etwas dich gefangen hält und näherst du zu diesem Neumond und schaffst diese ganze Energie, diese drei Schritte, was ich am Anfang gesagt habe, in die Mitte zu stellen, in die Mittagssonne. Das ist deine wahre Ausstrahlung. Und wenn das so weit ist, dass dir das bewusst ist und hast diese Ausstrahlung und spürst diese inneren Sonne, diese inneren Kraft an dir, was passiert dann? Was schenkt dir die Wider? Da ist die Fortuna, dein Glück im siebten Haus. Und im siebten Haus ist die Partnerschaft Haus. Und da liegt dein Glück begraben. Du musst nur nach hinten schauen, nicht den Partner suchen. Und sagen, die Partnerschaft befreit mich. Oder die Partnerschaft gibt mir diese Stierenergie, die Sicherheit, die Stabilität und die Ruhe und alles. Wenn du das bei Partner suchst, führt dich zu Enttäuschung. Sondern mach das Schritt für Schritt. Also erstmal sagen, okay, ich habe hier ein Bedürfnis. Vielleicht spielt sich das im Unbewussten, aber ich habe ein Sehnsucht, mit mir selbst bewusst zu sein. Okay, schaue ich nach hinten. Das ist die Lilitenergie. Ich bin bewusst mit dem Widerkraft. Ich bin's. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Stärke. Und ich weiß, auch hier habe ich Lernaufgabe. Nicht umsonst steht Saturn da. Und das ist eine karmische Lernaufgabe. Ist alles rückläufig. Eine karmische Lernaufgabe. Und nicht nur Saturn zeigt diese Karma an, sondern auch die aufsteigende Mondknoten. Das ist auch die karmische Lernaufgabe, gleichzeitig im Grenzen zwischen Wider und Tier. Das ist die Drachenkopf, wie die indischen Astrologen das bezeichnen. Also dieses Bewusstsein. Wenn dieses Bewusstsein hast, dann auch nochmal etwas klären. Die gesamten Planeten stehen, fast die gesamten nicht, ganz aber viele persönliche Planeten, vor allem Sonne und Mond, was auch die Vater- und Mutterbild natürlich auch bedeutet, stehen im Verborgenen. Und diese Energie hast empfangen noch im Mutterleib. Und diese Energie wartet auch, geboren zu werden. Aber das hast du nicht in deiner Geburt erlebt, sondern hier ist es dein Aufgabe, ein zweites Geburt, was für dich eine Art Befreiung ist. Damit das leichter geht, damit nicht so schwierig heißt, hilft dir dabei Jupiter. Erstens mal das Glück, die Optimismus, also das Glück begleitet dein Leben eigentlich. Die Jupiter hat dein Geburtsmoment sehr schön bestrahlt. Also sei dankbar, du hast die Glücksplanet in deiner Seite. Und wenn du weißt, aha, der Jupiter ist der inneren Sonne und das wirkt auf dein Geburtsmoment, hilft für dich persönlich, für diese Erfreiung oder eine Neugeburt. Aber wo findest du diese Sonne? Das ist das innere Sonnensystem, das ist Jupiter und es ist auch Neumond und es ist wieder das Gleiche, das innere Sonne zu entdecken. Aha, diese innere Sonne kommt nicht von außen, sondern das in deinem Inneren ist. Dann hast du schon die Bewusstsein, weißt du, wer du bist. Dann hast du eine innere Sonne entdeckt und diese innere Sonne spürt die Löweneigenschaften und die Löwe strahlt es auch aus, bringt es ins Licht. Und wenn du erkennst, was ich astrologisch gesehen habe, das paar Stunden später Neumond war, setzt dich in diesem, mit diesen drei Schritten, diese drei Grad Bewegung, machst, diese drei Schritte zu diesem Neumond, Moment, in dem Tag, wo du geboren bist, dann dreht sich die ganze Horoskop und die ganze gesamte Planete, in der Jungfrau setzt, du dir in die Mittagssonne und hast diese Ausstrahlung. Deine Persönlichkeit in dem Moment ist wie Skorpion, die Wandlung, die Magie, was du dann ausstrahlst. Und mit dieser magischen Ausstrahlung wirst du erleben, dass dich die Menschen als Besonderes empfinden. Sicherlich bist du außergewöhnlich und ein besonderer Mensch und bist du wahrgenommen. Nur für dich selber ist es noch nicht so bewusst. Wenn du damit spielerisch umgehen kannst und setzt dich in die Mitte, dann, das heißt selbstbewusst, in allen Lebenslagen, stellst du dich einfach in die Zentrum und heißt dieses selbstbewusste Auftreten und diese Ausstrahlung, dann werden sie die Menschen, die ganz Besonderes empfinden. Das ist dann diese Skorpion, Aszendent in diesem Moment, diese magische Ausstrahlung. Im Liebe Partnerschaft ist es eine erotische Ausstrahlung. Du wirkst erotisch auf die Männer. Aber wir werden auch über die Partnerschaft noch sprechen. Aber so kannst du das Ganze ein bisschen drehen. Und ein Fehler kann passieren, wenn du versuchst, dich selbst zu sein, sicher fühlen oder Stabilität in Partnerschaft. Wenn du das abhängig magst mit den Männern und sagst, erst dann bin ich glücklich, wenn ich einen Partner habe. Oder dann fühle ich mich vollständig, wenn ich in der Partnerschaft lebe. Ich kann sagen, Saturn wird dich enttäuschen. Er lebt nicht. Ich will dich nicht entmutigen, sondern ich möchte dich in die Richtung schauen, erst du und dann der Partner. Heißt das nicht, dass du jetzt alleine sein solltest oder einsam fühlen oder zurückziehen wie ein Eremit? Nein, nein, nein. Sondern in einem ruhigen Moment zu dir selbst finden, mit dir, mit deinem Werden bewusst zu sein und das selbstbewusst auch zeigen. Nicht verstecken, nicht im Hintergrund sein, wobei dich da auch wohlfühlst, gar keine Frage, sondern jetzt, ab jetzt, das im Zentrum setzen, im Mittelpunkt setzen, weil dieser Moment ist für dich wie eine Neugeburt. Dieser Moment ist für dich eine Befreiung. Und wenn du diese Wandlung, was eigentlich deine karmische Lernaufgabe ist, und das zeigt dein Mondknoten, das zeigt Saturn an, in dem Moment, wo du diese Wandlung befindest, kommt als Lob die feste Partnerschaft und kommt die Liebe, weil da hast du die Glück, in die Liebe hast du die Glück. Wenn wir schon in diesem Mondknoten sind, was die aufsteigende Mondknoten, die karmische Lernaufgabe bedeutet, und das ist, wie ich schon sagte, das ist exakt so in Grenzen zwischen Widder und Stier, das könnte man sagen, vielleicht beides bisschen, erst die Widder, dann die Stiere, dann schauen wir mal an, wo ich die alte karmische Erfahrungen, was steckt in diesem Rucksack drin, was du von den alten karmischen Erinnerungen noch unbewusst in dir trägst, was ich immer als Rucksack betrachte, wenn wir geboren sind, haben wir diesen Rucksack dabei, und da sind die gesamte alte karmische Erfahrungen, da sind viele Schätze drin, das sollen wir bewahren, aber mal Zeit nehmen und das aufräumen, weil oft schleppen wir vieles unnötig mit, und das ist in deinem Fall, in die alten karmischen Erfahrungen, auch im Grenzbereich, das ist zwischen Waage und Skorpion, und diese Waage Skorpion, das ist eigentlich die gleiche Thema, was du auch lernst, Partnerschaft, Waage wäre die liebe Partnerschaft, das was jetzt wieder im siebten Haus ist, bei wieder ist zwar die Aussage ich bin's, aber dass dieser ich bin's passiert im Bereich Partnerschaft, Schritt für Schritt erst, die schritt ich bin's, ich bin mit mir bewusst, ich stehe zu mir selbst, Schritt eins, Schritt zwei, da bist du auch, und dann, oh, wir leben uns, wir können in einer Partnerschaft leben, aber bei wieder ist mal der wichtige Punkt, weil da hast du eine karmische Lernaufgabe, nicht erst die Partnerschaft und hoffen die Entwicklung an dir selbst, sondern umgekehrt, erst ich, dann Partner, dann zusammen, das ist die Reihenfolge und dann übergeht dein Mondknoten von wieder auf Stier und in alten karmischen Erfahrungen ist es gleiche Thematik auch, das ist wie ein Spiegel, in die alten Karma ist die Waage, das ist auch liebe Partnerschaft, aber im ersten Haus, wieder dieser Widerhaus, ich bin's, aber das zeigt mir, du warst in alten, also in vergangenen Leben oder diese gesamte karmische Erfahrungen in Partnerschaft, das ist die Waage, also du hast die Partnerschaft gelebt, aber du hast nicht selbst gelebt, sondern du hast selbst aufgegeben und das führte dazu, dass du enttäuscht warst, also das ist in diesem Rucksack drin, ich versuche das zusammenzufassen, in diesem alten karmischen Erinnerungen, Erfahrungen, dieser Rucksack ist drin und da ist auch Mars in diesem Bereich und auch Neptun, also die männliche Person und die Enttäuschung, da sind noch die Erinnerungen in alte Karma, das heißt du hast im früheren Leben in Partnerschaft gelebt oder in einer Ehe gelebt vom Partner oder Ehemann warst du enttäuscht, weil du hast dich geopfert für die Partnerschaft und da hast du nicht selbst leben, du könntest selbst nicht im Ausdruck bringen, das ist im Rucksack drin, mit diesem Energie bist geboren und dein persönlichen Planeten befinden sich tatsächlich in diesem zwölften Haus, was noch in Schwangerschaftsphase drin ist und wartet drauf geboren zu werden, das ist die Befreiung, das ist die Schlüssel für die Thematik, die warten befreit zu sein und zurück zu dem alten karmischen Erlebnis, damit du nicht das gleiche erlebst und wieder enttäuscht bist, sollst dich dich für die Partner für die Partnerschaft nicht aufgeben nicht opfern sonst wiederholt sich diese Karma sondern erst zu dir selbst stehen mit dir bewusst zu sein dich selbst ins Licht zu bringen die inneren Sonne erkennen das ausstrahlen dann bewusst sein mit deinen Werten und stolz dastehen in die Mitte die Menschenmenge stolz dastehen und sagen ich bin's ich bin frei ich kann ich weiß ich bin's das und diese ausstrahlung brauchst in dem Moment und das ist auch die Saturn Botschaft die Lernaufgabe in dem Moment beginnt die Partnerschaft aber mit anderen Qualitäten wie das von früher kennst dann ist die Enttäuschung nicht da dann opferst du nicht sondern erst dich befreien mit diesem Bewusstsein dass du deinen inneren Sonne in Licht bringst und sagst ich bin's und das führt dich zu Partnerschaft weil da hast du auch das Glück in Partnerschaft zu leben und dann fühlst du dich in Partnerschaft befreit und diese Befreiung erlebst du dann und was dabei hilft erst sind die Löwe die inneren Sonne dann diese Selbstbewusstsein diese ich bin's das ist die Tierkreis zeichnen wieder und was dabei hilft ist auch die Waage warum erkläre ich dir auch du hast im horoskop wie ein Dreieck ein Dreieck verbindet sich die Tierkreis Zeichnen Jungfrau deine Jungfrau Betonung dann die Skorpion wo die männliche Teil also die Maß was die Mann symbolisiert und das ist die Skorpion also haben wir mal zwei Tierkreis Zeichnen Jungfrau und Skorpion die stehen in einer Harmonie eine ist die Erde Element das ist die Jungfrau und die Skorpion ist das Wasserelement und Wasser und Erde harmonisieren sie sich also da haben wir eine harmonische Verbindung also du und der Mann oder die Männer also das steht in Harmonie aber das reicht nicht das heißt die Männer finden dich toll die finden dich anziehen du kommst auch mit Männer klar das ist eine schöne harmonische Verbindung aber das ist wie ein Dreieck und die Spitze des Dreiecks ist die Türkreis Zeichnen wieder und da ist die Saturn und Saturn schickt dir die Botschaft das ist zu wenig dass du bei die Männer gut ankommst es ist auch zu wenig dass du mit Männer gut umgehen kannst sondern hier hast du eine Lernaufgabe das zeigt die Spitze dieses Dreiecks Dreieck genau Dreieck Entschuldigung also die Spitze dieser Dreieck ist klar und deutlich zeigt in Richtung Wider und da in dieser Spitze befindet sich Saturn und sagt hier hast du eine Lernaufgabe das heißt auch wenn du gut ankommst bei Männer und du kommst mit Männer klar das reicht nicht aus eine glückliche Partnerschaft zu führen weil die Türkei zeichnen wieder und dieser Saturn wo Saturn zeigt wo du etwas lernen sollst das ist die siebte Haus im Horoskop und das ist die Lebensbereich Partnerschaft also du musst die Bindungen zu Partnerschaft führen oder sollen sie die Männer nicht dazu führen aber die Lernaufgabe ist hier in die Spitze im Saturn und das ist die wieder und das ist vielleicht nicht einfach aber aber was dabei hilft all das in Gleichgewicht bringen als das ausbalancieren und da tust du dich leichter weil da hast du alte karmische Erfahrungen und steht in dein erster Haus gehört zu dein Persönlichkeit mal abgesehen von Jungfrau weil das ist dein Aszendent aber die Waage gehört auch zu deinem persönlichen Bereich die Tierkreis zeichnen Waage gibt dir die Balance dazu also das kannst du so vorstellen wirklich wie eine Pyramide ein Dreieck und das ist die Jungfrau Skorpion und die Widder die verbinden sie es geht um Weiblichkeit Männlichkeit Partnerschaft die Spitze steht die Partnerschaft oder Ehe da hast du eine Lärmaufgabe natürlich sollte man in die Richtung schauen das zeigt auch diese Lilith Energie diese Sehnsucht auch und das sollst du auch wahrnehmen und das ist was ich gesagt habe ich bin es aber damit das ein Balance bekommt ein Gleichgewicht bekommt auch Bewusstsein dass die Waage gehört auch zu deinem persönlichen Auftreten weil das befindet sich im ersten Haus und es ist nichts Fremdes weil damit bist du vertraut weil in diesem Bereich hast du die absteigende Mond Knoten die alten Karma du hast da zwar nicht selbst gelebt sondern du hast untergeordnet und in in die Partnerschaft oder da hast du auch eine Lernaufgabe aber du bist mit dem Tierkreis zeichnen Waage sehr vertraut und die Waage über die Tierkreis zeichnen Waage ist die Herrscher Planet Venus die Liebes Planet die Weiblichkeit hol von dir diese Weiblichkeit raus du bist der Jungfrau betont das ist etwas nüchtern oder vielleicht sogar schüchtern ein gewisser Maßen und Venus fühlt sich nicht unbedingt wohl im Tierkreis zeichnen Jungfrau wo sich Venus wohl fühlt das ist die Waage weil Venus herrscht über die Tierkreis zeichnen Waage und weil bei dir das im persönlichen Bereich ist im ersten Haus und das ist dein Auftreten du betonst vielleicht mehr die Jungfrau gehört auch ganz stark zu deiner Persönlichkeit sollst auch leben aber entdecke auch die Waage weil da sind die Erinnerungen hol deine Weiblichkeit raus weil die Männer nehmen dich sowieso so wahr nur dir ist es noch nicht bewusst und das brauchst du nicht verstecken dein Weiblichkeit im zwölften Haus ist die Neigung da im Hintergrund zu sein du brauchst das nicht verstecken du kannst es gar nicht verstecken weil die Männer finden dich hübsch und anziehend und toll und weiblich also sei damit auch bewusst weil das gehört genauso deiner Persönlichkeit weil das befindet sich im ersten Haus und das bist du ich bin's sind wir wieder im Wider also sei mal mit deinem Umsehen oder wie du auf Männer wirkst auch bewusst und das kannst du betonen weil das gibt dir einen gewissen Ausgleich weil bei diesem Dreieck das ist steht in die Mitte die Tierkreis zeichnen sind erst mal Jungfrau dann Waage und dann Skorpion Jungfrau ist ein Beton im Skorpion steht Mars was die Männer symbolisiert oder ein bestimmter Mann symbolisiert und die Mitte zwischen Jungfrau und Skorpion ist die Waage wie so so eingesperrt aber mit diesem Waage ist für dich nichts fremdes weil da hast du alte karmische Erfahrungen vielleicht heißt das unterdrückt früher aber das ist an dir da und das sollst du vielleicht bewusster im Mittelpunkt zu stellen und sagen das ist auch wie ein Neugeburt jetzt lebe ich mein Waage weil das schafft dir die Ausgleich hilft die Partnerschaft zu verbessern und das befreit das befreit und es ist nichts fremdes das gehört ganz stark zu deinen Persönlichkeiten und ein paar notizen gemacht und ich schau mal da an was ich noch sagen wollte dass ich ja nichts vergesse das haben wir besprochen noch mal was wichtiges und das ist die planet Uranus die planet Uranus ist die veränderungen und umbrüche wurde etwas später entdeckt gehört zu den spät entdeckten Planeten und dieser planet Uranus ist ein persönliches Planet weil Uranus steht exakt in dein Ascendent das heißt wie könnte ich das erklären also noch mal zu dein Geburt genau so erkläre ich das jetzt das heißt stell dir das vor du bist kurz vor die Geburt du bist noch im Mutterleib es wird nicht lange dauern und kommt dein Geburt aber du bist noch nicht geboren und diesem Zeitpunkt kurz vor dein Geburt man könnte genau ausrechnen eine Stunde vor dein Geburt eine halbe Stunde vor dein Geburt in diesem Zeitraum sind ganz ganz viele Planeten im Osthorizont aufgestiegen das heißt von Nacht Hälfte auf die Tag Hälfte übergangen wie ein Sonnenaufgang es war Sonnenaufgang die Mond ist aufgestiegen im Osthorizont dann Venus Merkur auch Pluto all diese Planeten sind vor dir also vor du überhaupt geboren bist die haben schon die Tageslicht wahrgenommen und du bist aber noch nicht geboren an diesem Planeten prägt deine Persönlichkeit aber du bist noch im Mutterleib und dann kommt die Moment die waren etwas schneller als du dann kommt die Moment wo dann du geboren bist diese Planeten sind vor dir im Osthorizont aufgestiegen und dann kommt die Moment wo du geboren bist und dieser Moment wo du geboren bist wo du deinen ersten Atemzug geholt hast war ein Planet wo in die gleiche Zeit mit dir zusammen im Osthorizont aufgestiegen ist und das ist die Planet Uranus und dieser Planet Uranus könnte ich mal so vermitteln sagt er ja ich bin der Planet wo dich begrüßt in deine Geburt und ich begleite dich in dein ganzes Leben von deiner Geburt bis zu dein Lebens Ende ich bin dein bester Freund oder ich bin dein persönlicher Planet Jupiter Jupiter wirkt auch auf den Moment ich habe zu dir gesagt Jupiter bestrahlt auf diesen Moment wo du geboren bist da kommt auch ein guter Einfluss und vermittelt dir die Löwen Energie aber dieser persönliche Planet so persönlich so kannst du das vorstellen in dem Moment wo du geboren bist das war dieser Planet hat dich persönlich begrüßt und das ist die Planet Jupiter und Jupiter ist die Planet für Umbrüche Veränderungen plötzliche Ereignisse unerwartete Ereignisse und diese Energie begleitet dich Leben lang und du kannst immer damit rechnen dass irgendwelche Umbrüche in dein Leben kommt oder kommt plötzlich ein Erkenntnis oder plötzliche Begegnung immer gar nicht rechnest und unerwartete Ereignisse kommen also das ist mal auch typisch für Uranus und noch was für Uranus typisch ist das eine außergewöhnliche Laufbahn hat und das zeigt an die Menschen unter Uranus geboren sind und dazu gehören zum Beispiel die Wassermann geboren weil Uranus ist die Herrscher Planet über die Teilzeit seinen Wassermann aber bei der Uranus war die persönliche Begleiter Planet dass Menschen mit Uranus Einfluss fühlen sie sich außergewöhnlich und die haben ein außergewöhnliches Schicksal und du hast das Recht dazu dich als besonderes als außergewöhnlich fühlen weil die Uranus und die Uranus betonte Menschen und ich betone nochmal die Wassermann geborenen zum Beispiel die kommen nicht klar wenn sie so sind wie alle anderen weil sie haben ein anderes Gefühl ein anderes Gefühl außergewöhnlich zu sein anderes wie alle anderen und das macht deine Persönlichkeit aus aber wie lebst du diese Außergewöhnlich wie lebst du das wo du sagst ich bin anderes wie alle anderen mir macht etwas aus dass ich aus der Reihe tanze und das ist die Bewegung die Planet Uranus und das ist die Prägung dann diese Energie außergewöhnliche Schicksale außergewöhnliche Ereignisse unerwartete Ereignisse aber auch außergewöhnliche Menschen und du passt nicht in die Masse also damit möchte ich sagen du bist alles andere als bürgerlich oder durchschnittlich du bist nicht durchschnittlich weil mit Uranus im Astonum kannst gar nicht durchschnittlich sein weil diese Planet lässt es nicht zu aber wie kommt eine Jungfrau damit klar weil die Jungfrau neigt dazu bescheidend zu sein oder zurückhaltend zu sein und die Uranus aber vermittelt dir ein anderes Gefühl also das ist auch wichtig das zu erkennen dass dein Leben dein Schicksal deine Persönlichkeit sehr stark die Uranus prägt weil Uranus war der Planet wo in dem Moment im gleichen Augenblick wo du geboren bist im gleichen Augenblick im Osthorizont aufstieg das heißt ihr seid zusammen geboren könnte ich das so ausdrücken vielleicht ist das leichter zu verstehen und dann kommt noch ein guter Einfluss von Jupiter von Löwe versuch das zu verinnerlichen dass du ein Uranus betonte Mensch bist das heißt du bist außergewöhnlich dann hast du Jupiter Einfluss auf deine Persönlichkeit das ist deine inneren Sonne und diese inneren Sonne dieser Jupiter Einfluss kommt von Löwe also darfst du erlauben dieser Löwen Sonne Leben es kommt nicht von außen von Erziehung sondern das kommt erst dann wenn du nach innen schaust und das an dir an dein inneren entdeckst und dabei hilft dir dieser Neumond was in deinem Geburtstag war das kam ein paar Stunden später aber das wäre für dich die Befreiung das wäre für dich wie eine Neugeburt und das war genau in der Mittagszeit so kannst du die ganze Energie von zwölfter haus einfach in die Mittagssonne und das ausstrahlen dann in Liebe Partnerschaft hast du Glück hast du karmische Erfahrungen früher hast du dich in Partnerschaft etwas untergeordnet oder angepasst aber nicht dein selbst gelebt und jetzt drehst du das alles jetzt erst lebst du selbst das heißt nicht dass du jetzt alleine leben sollst du sollst die Liebe Partnerschaft genießen aber zu dir selbst stehen und diese Kraft und die Stärke zeigen und dann merkst du wie der Mann wo du die Partnerschaft fühlst damit umgeht wird anderes mit dir umgehen und das führt zu einer sicheren stabilen Partnerschaft und genau genau in diesem Lebensbereich Partnerschaft und Liebe hast du das Glück und aber gleichzeitig auch die Lernaufgabe und das ist für dich eine Art Befreiung und das führt dich zu einer schönen Feste und Partnerschaft und dann kannst die Stiereigenschaften in Partnerschaft leben und das auch genießen die Sicherheit die Stabilität die Harmonie das zu genießen das Leben zu genießen und das ist diese Wandlung wo du dich befindest so du hast die Geburtsdatum Geschichte von diesem jüngeren Mann wo du kennengelernt hast du hast die Uhrzeit nicht ich könnte auch nicht sein Horoskop erkennen aber durch sein Geburtsdatum also das Geburtsdatum habe ich kann ich erkennen wo seinen Planeten stehen und vergleichen mit deinen Planeten aber wie gesagt ich habe kein Aszendent ich kann auch nicht die Lebensbereiche bestimmen weil es fehlt die Uhrzeit aber das hilft vielleicht auch wenn wir mal die Planeten anschauen er ist im Tierkreis Zeichnen Wassermann geboren und die Tierkreis Zeichnen Wassermann befindet sich bei dir im fünften Haus und das ist das Haus des Lebens Freude und dieser Mann kann dir vermitteln in deinem Leben ein Einfluss nehmen dass du diese Leichtigkeit das ist Luft diese Lebens Freude lebst die Bezug zwischen Wassermann und zwischen dein Sonne oder dein Aster mit dieser Jungfrau das ist etwas unterschiedlich es hindert sich nicht dabei dass ihr näher kommt oder eine Partnerschaft führt sondern ihr seid von der Natur aus etwas unterschiedlich aber das kann auch eine Ergänzung sein du sollst auf ihn eingehen und er geht auf dich ein und so kommt ihre Harmonie was ihn beeindruckt hat bei dir oder wo diese Anziehungskraft zwischen euch beide da war im ersten Moment auch das ist sicherlich weniger die Jungfrau mehr die Uranus was ich erklärt habe deinem persönlichen Planet wo in dem Moment wo du geboren bist im Osthorizont aufgestiegen ist du hast Uranus als dein persönlichen Planet in deinem Aszender du strahlst es aus du hast die Eigenschaften von Uranus und Uranus ist die Herrscher Planet über die Tier zeichnen Wassermann also da war schon die Anziehungskraft da und das kam plötzlich unerwartet und da seid ihr im gleichen Wellenlänge und das ist die Uranus was euch verbindet weil du hast etwas widerspiegelt an ihm was sein Natur entspricht sein Mond und das entspricht seinen Gefühlen seinen Unbewussten steht im Teil Zeichnen Jungfrau das ist wieder im Einklang mit dein Horoskop weil du bist sehr stark Jungfrau betont aber mal zurück zu diesem Wassermann Sonne die Wassermann ist Luftelement also er ist von Luftelement geprägt und was ich dir vorhin gesagt habe dieser Dreieck wo du die Balance bekommst wenn du mehr zeigst diese Waage Eigenschaften an dir was in deinem Haus ist und wirst auch so wahrgenommen zwar auch die Jungfrau wird auch wahrgenommen aber ein Teil von dir ist Waage und damit bist du sehr vertraut weil das ist die absteigende Mondknot die vergangenen Karma das heißt die ganze gesamte karmische Erfahrungen sind im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion aber immerhin Waage auch also da kennst du dich aus da bist du damit vertraut und im ersten Haus heißt das ist dein Auftreten also du bist nicht nur als Jungfrau wahrgenommen sondern auch als Waage wahrgenommen und das ist die Schönheit die Ästhetik die Weiblichkeit und das was dieser Mann an dir liebt weil da kommst mehr im Einklang weil Waage und Wassermann sind beide Luft Element und schaffen die Gleichgewicht die Harmonie also den Mond habe ich besprochen sein Mond ist die Jungfrau das sind die Emotionen die Gefühle die Unbewusste das harmonisiert sehr gut mit dir weil du zeigst auch diese Jungfraueigenschaften und das ist Anziehungskraft die Kommunikation was Merkur symbolisiert bei ihm ist Wassermann bei dir ist Jungfrau das bedeutet das kann interessant sein weil er hat oft andere Meinung oder drückt sich anderes aus als du es ist die Ergänzung es ist nicht immer die Harmonie es kann auch mal dazu führen dass ihr andere Meinung habt aber durch diese Entfernung was Jungfrau und Wassermann die beiden Merkur verbindet bei der Jungfrau bei ihm die Wassermann ist eine Aufgabe dass man auf anderen zugeht oder mal zuhört was die anderen sagt oder versucht es zu verstehen was die andere meint dass das keine Missverständnisse entsteht also da wichtig ist darauf achten sein Venus und sein Mars also beide Liebesplaneten Mars und Venus die bilden sich ein Konjunktion in sein Horoskop das heißt Venus und Mars stehen im gleichen Tierkreis zeichnen im gleichen Grad zahl und wirken zusammen und das sind die beiden Liebesplaneten Mars und Venus das ist ein Männlichkeit und auch wie er zu Frauen steht und weißt du wo das steht bei ihm die beiden Liebesplaneten im Wider das heißt du hast in Partnerschaft was die Liebe Partnerschaft betrifft oder die Leidenschaft wie ihr die Leidenschaft erlebt zwischen euch beide kannst ihn erobern wenn du auch von dir was zeigt und da ist ein gewisser Ausgleich wichtig Wider und Waage die beiden Tierkreis Zeichen liegen gegenüber die Waage wo du dich mehr vertraut bist weil da ist die alte Karma und steht in dein persönlichen Bereich im ersten Haus das zu leben ist nicht schwer für dich weil damit bist du ihm einkrank aber versuch das ausgleichen mit den Wiedereigenschaften was das was dieser Mann dann fasziniert weil genau in die Richtung ist wo er die Liebe beeindruckt und das bedeutet in die Partnerschaft wenn du versuchst immer nachzugeben wenn du versuchst immer die Harmonie dass ja keine Reibungen entsteht sondern immer schön harmonisch und lieber nachgeben und nett und zu lieb sein und gibst du dich auf in Partnerschaft nur damit er bleibt oder glücklich ist oder diese Liebe Partnerschaft genießen kann da entsteht bei ihm eine gewisse oder zwischen euch beiden eine gewisse Spannung und genau hier hast du eine Aufgabe zu dieser Wiedereigenschaft zu stehen und genau das was ihn fasziniert und ich betone nochmal die Wiedere ist ein Tierkreis zeichnen was eine Analogie zu erster Haus hat und das ist mal dieser Satz ich bin's versuch diesen Satz verinnerlichen auch in Partnerschaft ich bin's ich will ich will das so Punkt und wenn du diese Verhalten hast ich möchte nicht sagen egoistisch oder immer nur an dich denken sondern es braucht auch einen Ausgleich oder Harmonie oder sollst auch auf seine Wünsche auch eingehen aber wenn du diese Stärke zeigst oder könnte ich sagen auch mal frech bist und sag doch ich will das so Punkt keine Diskussion in solchen Momente wird ihn faszinieren faszinieren weil genau das was er in die Liebe Partnerschaft begeistert ist das ist diese Begeisterung weil er hat Venus und Mars bei den Liebes Planeten im Wider und das erzeugt bei ihm die Begeisterung und das diese Verhalten diese Verhalten hilft dabei dass du besser mit ihm in einer Partnerschaft leben kannst dann ist wichtig noch zum erkennen dass etwas karmisches euch verbindet weil sein karmischer Knoten ist genau dort wo deins ist sein aufsteigender Mond Knoten ist auch bei Stier so wie bei dir auch und die absteigende Mond Knoten ist im Skorpion so wie bei dir auch bei dir ist im Grenzbereich die aufsteigende Mond Knoten zwischen Wider und Stier die absteigende zwischen Waage und Skorpion und bei ihm ist eindeutig die neue Lärm Aufgabe die neue karmischen Weg im Stier also die Sicherheits Stabilität ich weiß nicht in welchem Lebensbereich weil dazu musste ich wissen in welcher Uhrzeit er geboren ist das weiß ich nicht so kann ich die Aszendent nicht bestimmen auch die Lebensbereiche nicht bestimmen aber die Planeten sind zum Erkennen das heißt bei ihm die Schicksals wie auf jedem Fall der Stier das ist was er genießen möchte was er leben möchte das ist die Sicherheit und die Stabilität und die absteigende Mundknoten ist bei ihm die Skorpion dann noch etwas auch wichtiges zu erwähnen du bist 50 Jahre alt Lisa und man kann die Periode des Leben erkennen von Horoskop und dann bei dir ist eine Periode gerade wo du in dein Leben im Tierkreis wieder bist das heißt in dieser Periode ist wichtig diese Wiedereigenschaften zu leben erstes mal damit bewusst sein ich bin ich will ich kann dann auch lernen ein Neubeginn Veränderungen und mutig zu sein bei diesen Veränderungen weil in dieser Wieder Periode dieser Wieder Zeit ist es auch wichtig dass du mutig diesen Neubeginn starten kannst und du näherst du dich mit deinen Lebens Schritte mit deinen Lebens Schritte genau in diesem Knoten wo Lilith und dieser aufsteigende Mond Knoten ist was ich erklärt habe am Anfang und das ist die Wider und die Tier kreizeichnen Stier das ist dieser Grenzgebiet zwischen Wider und Tier kreizeichnen Stier auch dieser Rückblick auf diese Lilith Energie was ich anfang erzählt habe das heißt mit deinen Lebens Schritte bist genau in dieser Thematik angekommen oder näherst du noch nicht angekommen näherst du gerade in diesem Bereich das heißt du befindest dich mit deinen Lebens Schritte im Wider kurz davor diese Energie zu erreichen und es ist die Lilith Energie und die aufsteigende Mond Knoten und dann erreichst diese Grenzen zwischen Wider und Stier aber befindest du noch im Wider und sollst du vielleicht diese Wiedereigenschaften verinnerlichen und dann übergehst du in Tierkreis einen Stier und wenn du diesen Lebensbereich erlebst in den kommenden Jahren dann prägt dich in dein Leben sieben Jahre lang die Tierkreis zeichnen Stier und das ist die Sicherheit Stabilität auch Partnerschaft kannst du auch die Partnerschaft auch genießen aber auch die finanzielle Sicherheit und in diesem Grenzbereich bist du und aber momentan noch im Bereich Tierkreis zeichnen wieder die Glückspunkt die Fortuna habe ich ausgerechnet und das ist 23 Grad wieder wie ich schon sagte das ist nicht identisch mit dem Computer Berechnung aber nach meiner Rechnung ist es 23 Grad wieder und in diesem Glücks Punkt wo das Fortuna der Glück befindet da gibt es ein Einfluss von anderen Sternen die eine Stamm heißt Baten Kaitos und diese Stamm Baten Kaitos befindet sich im Stammbild Wall Fisch und da sind Einflüsse immer von außen wo jemand versucht auf dich etwas zu erzwingen etwas vorschreiben und da fühlst du dich oft gefangen und das hindert dich in dein Glück die Geschichte dazu die mythologische Geschichte dazu zu dieser Baten Kaitos dieser Baten Kaitos befindet sich im Stamm Bild Wall Fisch und die Geschichte dazu ist es gab eine Königin Cassiopeia und Cassiopeia prallte überall dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste und ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen und die Meeresjungfrauen haben sich bei Poseidon des Gott des Meeres beschwert und Poseidon oder Neptun wurde zornig und bestrafte diese prallende Königin nicht selber sondern erschichte diese Wall Fisch in die Königreich mit dem Befehl soll die prallende Königin Cassiopeia bestrafen und dieser Wall Fisch nahm die Tochter Andromeda und fesselte in Felsen und es war die gefesselte Königstochter bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von diesem Fessel und die beiden sind mit dem geflügelten Pferd Pegasus davon geritten und sie haben verliebt und dann haben sie geheiratet und seine schöne Liebesgeschichte und Perseus hat Andromeda von diesem Fessel befreit und das spürt sich alles bei dir ab im siebten Haus in die Liebe Partnerschaft diese ganze Geschichte von Andromeda spielt sich in Partnerschaft ab es kann sein dass du unbewusst wartest darauf dass Perseus kam und dich befreit und deine Karma und Saturn sagt erst befreit dich selbst dann kommt Perseus und dann kommt auch Pegasus und dann könnt ihr mit diesem geflügelten Pferd dann davon retten aber mal zurück zu diesem Stern Baten Kaitos nochmal also dieser Baten Kaitos ist in diesem Sternbild Walfisch und da hat noch eine extra Aussage als Botschaft für dein Glück immer Einflüsse von außen und jemand versucht dir was vorzuschreiben oder befehlen oder kommt ein vielleicht gut gemeinter Rat und du sollst es immer folgen was anderen sagen und hier diese Geschichte erzählt dir befreie dich davon und sag nein ich mache was ich will und dann drückst schon die Wiedereigenschaften aus also lass es nicht gefallen sondern hier brauchst eine Art Widerspruch und sagst nein ich mache was ich will ich möchte nicht sagen dass im Leben jeder Lebenssituation ist klug diese Entscheidung aber manchmal ist es nützlich weil das gibt dir auch eine Art Befreiung und dann erinnert dich in diesem Geficht von Walfisch und Andromeda weil es kann sein dass du ein gewisses Fessel hast oder Angst davon und es wäre für dich die Befreiung sein und in diesem Bereich wo Fortuna wirkt in diesem 23 Grad wieder wo dein Glück ist weil erstens bei dieser Befreiung kommt dann auch das Glück wirkt noch mal ein Stern und das ist Stern Alp Herk und diesem Stern Alp Herk befindet sich im Tierkreis Zeichnen Fischen und im Tierkreis Zeichnen Fischen sind zwei Fischen die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch und das ist diese Alp Herk wie ein Nabelschnur verbindet die beiden Fischen miteinander und das sind die Verbindungen Verträgen beide wirken hier im Widder wo dein Glück liegt und Bereich Partnerschaft es kann auch Verträgen sein also kann sein dass du diese Thematik auch mit Verträgen hast wenn es um Verträge geht oder wenn es um deine liebe Partnerschaft geht und jemand versucht eine dritte Person zum Beispiel Einfluss zu nehmen oder einen Rat zu geben oder sagt du sollst so oder so machen es ist nicht immer gut dass diese Rat zu folgen oder das zulassen diese Einflüsse sondern du solltest davon befreien weil das bringt dir mehr Glück und dann dafür sorgen dass diese Alperg wird dass du die richtige Kontakte hast die richtige Verbindungen hast weil das kann wenn du diese Entscheidungen triffst die Kontakte zu pflegen kann dir auch Glück bringen in dein Leben dann schauen wir an was für Einflüsse hast noch von fix sterben auf deine sonne ist ein ein fluss von zosma und dieser stern befindet sich im tierkai zeichnen löwe wirkt im bereich jungfrau wo die sonne ist und das ist dieser stern heißt übersetzt und es wurde bei babylonier verehrt dieser stern das ist ein gürtel das heißt eine bindung eine verbindung und dieser stern bestrahlt deine sonne und das ist dein kern das ist dein wesen das ist diese inneren sonne wo du erlauben darfst ein teil von die löwen an dir zu spüren weil du hast definitiv eine verbindung zu löwe das ist wie jupiter dann bestrahlt von löwe und dann dieser stern von zosma das ist ein stern von die tier zeichnen löwe und übersetzt heißt gürtel das heißt du hast eine verbindung zu löwe also und das hat mit deiner sonne zu tun entdecken deiner inneren sonne und pflegt diese verbindung und bringt es ins licht und die alten babylonier haben diesen stamm verehrt und haben auch gesagt es hat eine prophetische gabe also dass du diese begabung auch hast und mit diesem ganz besetzten zwölfte haus das ist nichts negatives überhaupt nicht das heißt du hast eine fähigkeit hinter den kulissen zu schauen erkennen die zusammenhänge was im verborgenen liegt oder mit diesen eigenschaften bist du eine wahre detektiv oder hast du eine prophetische gabe also das ist auch sehr mystisch das muss ich auch dazu sagen und da hast du Verstand auch dazu durch die Jungfrau dann die nächste Einfluss auf Uranus Uranus und auch dein Aszendent Uranus steht als Planet in dein Aszendent das heißt in dem Moment wo du geboren bist ist Uranus auch gleichzeitig im Osthorizont aufgestiegen und dieser Bereich Uranus auch dein Aszendent wird von zwei Sternen bestraft einmal Copula und einmal Savijava Copula ist kein Einzelstern sondern ein Sternenhaufen und das ist ein Nebel vielleicht etwas noch undurchschaubar oder unklar und diese Stern Copula befindet sich im Sternbild Jagdhund Jagdhund und dieser Jagdhund ist nichts anderes als die Hund der Bärenhüter was die große Bär und die kleine Bär beschützt und diesem Nebel befindet sich etwas südlich im großen Bär also die großen Bär oder großen Wagen kannst du erkennen im Himmel das ist ein ganz markantes Stern Bild und südlich davon ist dieser Nebel dieser Sternenhaufen gehört früher haben sie das noch zugeordnet zu dem großen Bär oder großen Wagen später haben das zu Jagdhunden zugeordnet und diese Jagdhunde sind die Hunde der Bären Hüter was die Bären beschützt und zeigen Richtung Polarstern das heißt es wirkt eine Persönlichkeit das vermittelt Uranus das vermittelt dein Aszendent auch und das bedeutet für dich persönlich wenn jeder Mensch sich die Orientierung verliert weil das ist benebelt und durchschaubar das genommen in solchen Momente hast du die Orientierung du musst nur auf deine inneren Stimme vertrauen weil diese Jagdhunde und diese Copula befindet sich im Sternbild Jagdhund zeigt im Polarstern das heißt du die Nebel orientieren und die Zentrum erkennen und es wirkt auf deine Persönlichkeit und damit sollst du vielleicht auch bewusst sein später haben diese Sternkopula anderes benannt Lateinisch und das heißt übersetzt das ist das Karls Herz und das wurde dann verehrt Karl das Erste der König und man hat diese Sternkopula als sein Herz bezeichnet und das hat auch mit Herz mit Herz Angelegenheit auch was zu tun aber das ist vielleicht auch interessant zum Wissen auf die Uranus und auf dein Aszendent wirkt nochmal ein Stern Zawiyawa und Zawiyawa befindet sich im Tirk Zeichnen Jungfrau und man sagt das ist die Ecke oder Winkel und den chinesischen Astronomen sagen das ist das oberste Recht die oberste Rechtssystem das Gerechtigkeit die göttliche Gerechtigkeit und das heißt auch in deiner Persönlichkeit also einmal die Gerechtigkeit Sinn zweitens auch denn wenn jemand die Orientierung verlierst da bist du wie Wegweiser zeigst du die Richtung dann noch mal etwas das ist vielleicht weniger schön aber ich möchte das auch mal erwähnen in deinen alten karmischen Erfahrungen gab schon Enttäuschungen was die Liebe Partnerschaft betrifft du hast dich untergeordnet in Partnerschaft du hast dich nicht selbst geliebt und das führte dazu dass du enttäuscht warst und diese Enttäuschung zeigt an die Mars Neptun Konjunktion im Skorpion und in diesem Bereich das sind alte Enttäuschungen das sind Enttäuschungen von Vergangenheit ist auch ein Fixstamm wo das bestrahlt und das ist die Herz der Schlange und diese Schlange ist die Schlange von dem Schlangenträger befindet sich im Himmel zwischen Skorpion und Schütze und dieser Schlangenträger hält die Schlange im Hand die Geschichte dazu ist dass dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asclepius die himmlische Arzt der Sohn von Apollo von dem Sonnengott und er musste ein Kind retten heilen dieses Kind ist ein Honigtopf reingefallen und Asclepius rettete dieses Kind dann kamen zwei Schlangen die eine Schlange trägte die Heilkräuter zu dieser Heilung und die anderen Schlange trägte das Gift und Asclepius musste entscheiden mit welchem Schlange das Kind heilt zum Glück hat er die richtige Schlange gewählt und wurde das Kind gerettet mit die Heilkräuter und das ist ein Symbol Sprache und es sagt aus es kommen Einflüsse von außen kommen die beiden Schlange die eine ist die Gift andere ist die Heilkräuter wenn wir wie ein Kind nehmen und unerfahren oder naiv sind dann passiert genau das gleiche wie mit diesem Königs Sohn fallen wir im Honigtopf und dieser Honigtopf ist nichts anderes wie die Honig süße Sprache das ist sehr verführerisch sehr verlockend sein kann weil wir hören das gerne an aber das klebt bisschen und hier bei dir wirkt dieser Honig süße dieser Honigtopf im Bereich Liebe Partnerschaft das ist zwar nicht im partnerschaftlichen Haus sondern das ist mit Mars hängt das zusammen und das ist das Mann das männliche Person wobei die Lebens Bereich wo bei dir das befindet das ist die Nachbarschaft das ist die Verwandtschaft also ich möchte nicht unbedingt sagen dass vorsichtig sein sollst mit den Männern und das deine Liebe Partnerschaft betrifft sondern männliche Person das kann die Liebe sein das kann Verwandte sein das kann ein Nachbar sein Männer in deinen Umgebung wenn sie dir Komplimente machen oder süßen Worten dann denk immer an diese Schlange beziehungsweise an beiden Schlangen weil hier brauchst du ein Asklepios zu sein und sagen aha das ist die Wahrheit das glaube ich das ist die Fälschung das glaube ich nicht weil das hilft dabei diese Enttäuschungen entgegen zu kommen und das vermittelt in diesem Bereich Onukal Hai und das ist das Herz der Schlange also ich fasse das nochmal zusammen hier hast du im Horoskop der Planet Mars und das kann die Männlichkeit bedeuten oder männliche Person bedeuten das kann aber auch deine Handlungsweise dein Lebenskraft auch bedeuten aber mit dieser Enttäuschung was auch hier Neptun zeigt würde ich das zu männlichen Personen zuordnen und du kannst in verschiedenen Lebensbereichen diese männlichen Personen erleben hier im Horoskop zeigt es an in dein vertrauter Umgebung das kann die Verwandtschaft sein aber auch die Nachbarschaft sein die Männer wo du dich vertraust und diese Stern Unukalhai diese Herz der Schlange und diese Geschichte dazu von Schlangenträgern und die beiden Schlangen sagt sei ein bisschen misstrauisch hör zu was die dir erzählen es kann sein das gut klingt aber du weißt nicht ob das überhaupt die Wahrheit entspricht oder nicht kommt es von Herzen oder nicht das ist das Herz der Schlange also stell immer mal die Frage kommt es von Herzen entspricht die Wahrheit ja oder nein und entscheide dich klug so wie Asclepius auch entschieden hat und glaub das wo du sagst das ist die Schlange mit dem Heilkräuter und glaub nicht wenn du überzeugt bist das ist die Schlange mit dem Gift und da hast du das schon sortiert diese Einflüsse von außen das ist eine Botschaft von diesem Herz dann nochmal etwas was ich auch wichtig finde weil du hast in E-Mail geschrieben dass es wahrscheinlich nicht Zufall ist das gerade zu mir gewendet hast oder mit Sicherheit war das kein Zufall du hast im Geburtshoroskop Chiron im Tierkreis Zeichnen Fischen und das ist die Bereich dein Deszendent was ist die Tor für die Partnerschaft symbolisiert und dieser Chiron zeigt an übrigens rückläufig und dieser rückläufige Chiron zeigt auch alte karmische Erfahrungen an dieser Rückläufigkeit dieser Chiron zeigt an eine Art Schwachpunkt etwas was kränkt und genau in diesem Bereich befindet sich im Augenblick auch Chiron also in dein Geburtshoroskop ist noch im Tierkreis Zeichnen Fischen nähert sich zu wieder und genau in diesem Punkt befindet sich im Augenblick Chiron auch auch im Tierkreis Zeichnen Fischer bald übergeht auch im Tierkreis Zeichnen Wider das heißt ein Chiron Wiederkehr und das hat ausgelöst dieser Augenblick dieser Zeitpunkt dass du in diesem Augenblick mir diese E-Mail geschrieben hast und dieser Chiron das ist im Horoskop dieser Chiron ist Wanderers als Lehrmeister von diesem Asclepius wo dieses Kind gerettet hat mit dem Schlange Asclepius ist der himmlische Arst und sein Lehrer sein Großmeister war Chiron der große Heiler und im Horoskop zeigt an immer die Schwäche was uns schwägt natürlich ist es nicht immer angenehm das anschauen aber Chiron ist gleichzeitig eine Heilung ein Prozess wo wir von Schwäche Stärke machen also das ist wichtig zu erkennen das heißt das ist zwar ein Schwachpunkt und das ist genau die Tor zu dein Partnerschaft das ist exakt im Descendent man könnte sagen sein Seelen Partner oder Seelen Partnerschaft du schaust von Ascendent genau in die Richtung von ich zu du und in dem Tor mit diesem Tor wie du die Partnerschaft öffnen kannst und das ist nicht irgendeine Partnerschaft sondern ich spreche von Seelen Partnerschaft genau in diesem Punkt bewacht dieser Tor Chiron das heißt es gibt eine Botschaft da ist eine Schwäche und diese Schwäche kommt von Vergangenheit das sind die alten karmischen Erfahrungen du traust dich nicht zu dieser Tür zu öffnen weil du Angst hast dass in dein Leben etwas wiederholt was du schon erlebt hast und fühlst du dich dann gefangen in Partnerschaft weil du kannst dich nicht selbst sein weil du hast dich in Partnerschaft unterordnet und das sind die Erinnerungen diese Erinnerungen und Chiron zeigt schau genau hin du erlebst du erlebst als schlechte Erinnerungen aber ich zeige dir den Weg wie du von dieser Schwäche stärker machst also betrachtet es genau hier und genau in diesem Punkt bewegt sich Chiron im Augenblick auch das heißt aktiviert diese Tor momentan und auf diesem Punkt gibt es auch ein Einfluss von anderen Sternen oder Sternbildern und das ist die geflügelten Pferd diese Pegasus und das ist das gleiche Geschichte wie bei Andromeda was ich vorher erzählt habe die gefesselte Königstochter was Persaus befreit hat und das ist dieser geflügelten Pferd Pegasus das heißt du musst von diesen alten karmischen Erfahrungen was dich schwächt was dir Angst verursacht loslassen verabschieden weil das beflügelt dich das befreit dich und du kannst das nicht vergleichen die eine Mann mit dem anderen Mann weil jeder ist ein Individuum brauchst nicht vergleichen sondern vertraue dass du eine glückliche Partnerschaft leben kannst und Glück liegt auch in diesem Haus das ist für dieses siebte Haus wie eine Schatzkammer da liegt das Glück und du traust nicht dieses Tor zu öffnen weil das erinnert an die alten karmischen Erfahrungen was dich traurig und verzweifelt macht und die Chiron sagt bring da Heilung rein lass es los diese Erinnerungen und dann kommt die Einfluss von Pegasus dieser geflügelten Pferd und dieser Pferd hat Flügel das ist die Befreiung und sag befreie davon das soll dich nicht kränken weil in 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 Zukunft liegt glück glück dein karma wiederholt sich nicht in dem sinne sondern das befreit dich und du erlebst die partnerschaft in in diesem Leben als Befreiung und es gibt dir Sicherheit Stabilität und bringt dir Glück aber bis dahin bis dein Partner oder die Partnerschaft dich befreit das zu erreichen musst du diese Tür öffnen und diese Tür kannst du öffnen wenn du dich selbst befreit und selbst bist und auch nicht unterdrücken sondern zu dir selbst stehst wenn du dich im Licht bringst wenn du diese Ausstrahlung hast diese Befreiung führt dazu das Tor öffnet zu siebten Haus und das ist die Partnerschaft und hier spreche ich um eine karmische Partnerschaft und erlebst das Glück weil Fortuna ist in diesem Haus dann ist noch mal etwas Wichtiges zu erwähnen dein Wurzel das das Horoskop ist wie ein Baum die IC oder Immun Curly das tiefste Punkt im Horoskop wie die Wurzel des Baum und die Mitte ist die MC das ist wie die Krone des Baumes und dein Aufgabe ist dein Wesen oder diese Jungfraueigenschaft in dieser Jungfraubetonung in dieser Krone des Baumes zu tragen und diese Verwurzelung das Wurzel des Baumes und die Krone des Baumes ist zeigt beide in eine Richtung die Verwurzelung im Schütze die IC befindet sich im Schütze also das heißt in dein Lebensbaum diese Wurzel zeigt im Zentrum unserem Galaxie und die Krone wo du hingehst deine Richtung was du erreichst die die Höhepunkt dein Leben zeigt auch eine Richtung und das ist die Polarstern die Polarstern im kleinen Bär also wichtige Ziele hast du und du kannst das bestimmen und nicht vergessen dass auf dein Ascendent und auf dein Uranus wirkt die große Jagdhund die Jagdhund von dem Bärenhüter und dieser beide Jagdhund ist zwar im Nebel bisschen drin aber die beiden Jagdhunde zeigen im Polarstern und das ist dein Geburtsmoment das ist dein Auftreten so bist du wahrgenommen und das zeigt in deine Persönlichkeit und da wirkt auf dich persönlich dieser Jagdhund und die zeigen die Richtung im Polarstern im Polarstern im kleinen Bär und dieser Polarstern befindet sich exakt in dein Höhepunkt dein Lebens im Medium Curly die MC das höchste Punkt im Horoskop das höchste was du erreichen kannst im Tier Zeit in Zwilling und das sind deine Ziele setze hohe Ziele bleib immer in die Richtung und du hast diese Orientierung nicht nur weil dein Blick in diese Richtung geht sondern du bist auch verwurzelt und das ist die Richtung und das gibt dir die Sicherheit Stabilität die Verwurzelung und das ist wie ein Baum dass du diesen Baum das wächst und dehnt aber wichtig ist in die Richtung schauern und das ist die Polarstamm dann hast du mir die Daten gegeben für die erste Begegnung wo du dieser junge Mann erstes mal begegnet hast war kein Zufall war kein Zufall weil die Mond was auch dazu führen kann dass das Veränderungen gibt erreichte die Mond die Uranus die Uranus sind Umbrüche und Veränderungen und diesem Tag wo du dieser junge Mann begegnet hast erstes erreicht die Mond was auch Veränderungen bringt in unserem Leben und berührt auch unseren Gefühlen erreicht in dem Tag die Uranus und das sind auch die Umbrüche und Veränderungen und erreicht im Tierkeit Zeichnen wieder das heißt in dem Tag wo ich kennengelernt habe stand Uranus im Wider und Mond stand auch im Tier Zeichnen wieder und die Wider hat zu dir eine große Bedeutung zeigt auch eine Richtung wo du Lernaufgabe hast wo du dich befreien fühlen sollst und das Liebe Partnerschaft genießen sollst das ist schon deine siebte Haus die Partnerschaft Haus das ist die Wider und dort war in dem Moment Uranus und auch die Mond und beide sorgt für Veränderungen Gegenüber im Tierkreis Zeichnen Waage war die Jupiter und das sind die Möglichkeiten und Chancen und das solltest du persönlich wahrnehmen weil das in dein erster Haus war in persönlichen das hat ich persönlich berührt das Ganze Venus und Mars waren in diesem Tag im Tierkreis Zeichnen Fischen und die Sonne Einfluss hat einen guten Sonnen Stand mit Pluto zusammen das ist die männliche Kraft das war in dem Tag in Steinbock hat aber eine schöne Verbindung zu Mars gehabt also das ist alles männlich auch die Sonne ist männlich Pluto ist männlich und Mars ist männlich also eine männliche Energie das wirkte auch sehr schön und Saturn hat einen Einfluss gehabt auf Uranus und Saturn hat auch einen Einfluss gehabt zu Jupiter das heißt die Veränderungen und die Gefühle standen in dem Tag im Tier Gleichzeichnen wieder was bei dir die siebte Haus ist also die Partnerschaft Haus gegenüber waren die Möglichkeiten was dich auch persönlich berührt hat im ersten Haus die Waage und in beiden Punkt hat Saturn einen Einfluss genommen von Tierkeit seinen Schütze Saturn befindet sich im Augenblick im Schütze in dem Tag wo ihr kennengelernt habt befand Saturn auch im Schütze und befand Saturn im Schütze und Saturn bestrahlte beide Punkten sehr schön also ein guter Einfluss das heißt Saturn wählt Sicherheit Stabilität und Struktur aber haben wir auch Lernaufgabe und davon diesem Planet was auch die Schicksals Planet ist also es ist ein Schicksals Fügung das Saturn hat das gut bestrahlt auch und das war kein Zufall das war kein Zufall das bewirkte bei dir die Partnerschaft aus emotional auch berührte deinen Gefühlen und Saturn als Schicksal hat das Ganze gelingt und das war ein positiver Einfluss auf diese Begegnung dann hast du mir noch ein Daten gegeben wo ihr näher kam das war eine Stier Betonung und auch Fischen Betonung also Stier und Fischen dann geht es um Gefühlen Mond im Stier Sonne im Stier Kretzeichen Fischen aber was interessant fand dass die beiden Liebes Planeten Mars und Venus im Tierkreis Zeichnen Wider war also nicht vergessen in sein Geburts Horoskop ist Mars und Venus im Wider und in dein Geburts Horoskop ist die Wider im siebten Haus was nichts anderes ist als die Partnerschaft Haus und in den Tagen wo euch etwas näher gekommen sei die beiden Liebes Planeten Mars Venus bewegen sie sich im Wider also hat wieder eine Bedeutung und die letzten zwei Treffen war ein bisschen chaotisch tatsächlich war auch die Horoskop bisschen chaotisch einmal bei dem einen Treffen war der Mond im Steinbock das etwas hält die Gefühle zurück bremst ein bisschen bei dem zweiten letzten Treffen war auch der Mond in eine Konjunktion Saturn das heißt die Gefühle werden etwas gebremst zurückgehalten und es ist wichtig wieder Gefühle zeigen oder diese Leidenschaft leben von etwas befreien und hier bei beiden letzten Tagen was die Gefühle betrifft die Emotionen betrifft stand sehr stark im Saturn Einfluss einmal stand Mond im Steinbock und über die Tierkeit Steinbock herrscht Saturn und da hat man auch wieder Lärm Aufgabe und bei den letzten Tagen stand Mond mit Saturn eine Konjunktion im Schütze aber da war wieder eine Saturn Einfluss das heißt viele Einflüsse wirklich ein bisschen chaotisch war das gesamte Bild aber was ich so rausgepickt habe dass in beiden Tagen sehr stark im Saturn Einfluss stand was die Emotionen betrifft das kann bedeuten dass man bremst die Gefühle oder traut man nichts über Gefühle zu sprechen oder lernt man über Gefühle zu sprechen also hat man auch eine Lernaufgabe da befreit zu fühlen und es mal auch zu trauern anzusprechen also das war die Einfluss und so viel könnte ich mal astrologisch was erzählen und jetzt nehmen wir den nächsten Schritt weil das ist diese Beratungsvideo ist eine Verbindung Karten legen mediale Beratung und Astrologie also Teil Astrologie habe ich soweit beendet ich hoffe dass ich das etwas näher bringen könnte und schauen wir mal die Karten an bezüglich auf dieser jüngere Mann was ist zum Erwarten so die Die Kartenbild zeigt mir an, Liebe Partnerschaft ist momentan für dich ein wichtiges Thema, sollst du auch Gedanken darüber machen. Du hast schicksalhafte Begegnungen, dein Schicksal führt dich auch zum Ausland, auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass du im Ausland lebst, aber die Liebe kommt von Ausland, also hat einen Bezug zu Reisen auch und das ist kein Zufall, diese Begegnung, sondern es ist, könnte man sagen, Schicksal, könnte man sagen, das ist Lebenspartner, aber du trägst noch alte Schmerz an dir. Das kann alte karmische Erfahrungen sein, das kann deine Kindheit bedeuten, das kann auch bedeuten Partnerschaften von früher und solange bis du diesen Schmerz an dir trägst, ist zwischen euch beide, ist wie ein Mauer, tatsächlich die Karte Turm erscheint hier. Es kann sein, dass du so unbewusst wartest, dass der Märchenprinz kommt und befreit dich und dein Schicksal sagt, nein, befreist du dich selbst, weil da ist die Schlüsse zu deinem Glück und das ist dein Weg und du sollst glücklich sein und das ist, wo du dich erstes Mal befreit fühlst oder ich könnte mal so beschreiben, das ist so ähnlich wie im Horoskop auch, runtergenommen ist das das identische Bild, also ich sehe das gleiche Bild wie im Horoskop auch, das heißt, du trägst Schmerz an dir und das ist nicht dein Hier und Jetzt, sondern das ist Vergangenheit und lass Vergangenheit Vergangenheit sein und bleib im Vertrauen, dass dir Glück vor dir liegt, dass deine Zukunft hast, eine glückliche Partnerschaft, auch beruflichen Erfolg, viel Reisen vor dir, auch finanzieller Erfolg. Also, der Glück ist da, aber dieser Einfluss kommt nicht von außen, dich in diesen Weg zu lenken, sondern das ist deinen inneren Funke, wenn deine inneren Sonne, dein Herz, deine Leidenschaft, deine Begeisterung bewusst wahrnimmst und triffst Entscheidungen und sagst, jetzt möchte ich so leben, das sind meine Wünsche, das sind meine Sehnsüchte, das ist meine Begeisterung und ich gestalte mein Leben schöpferisch und ich lasse niemanden da einmischen, nur die Menschen, die mich dabei unterstützen und ich bleibe in diesem Weg, das ist mein Ziel, das ist meine Orientierung, ich könnte sagen, das ist mein Polarstern und ich gehe in diese Richtung, weil das führt mich erreichen, dass ich diese Krone des Baumes erleben darf und dieser Baum trägt Früchte auch und du wirst ein Wunder erleben, weil da kommt auch das Glück, neue Freundschaften, Erfolg in beruflicher Situation, mehr Anerkennung, wirst mehr wahrgenommen und auch die Liebe Partnerschaft, ganz klar und deutlich und dieser Mann, du hast mit ihm eine Bindung, es ist schön, es ist angenehm, es ist tiefen Gefühlen, es ist eine karmische oder seelische Verbindung, aber es ist noch dieser Turm da und dieser Turm ist die Befreiung und jemand muss die Schlüssel im Hand haben, die Tor zu schließen, dass du befreien kannst von diesem Turm oder Gefängnis und dieser Schlüssel hat nicht er im Hand, sondern diese Schlüssel hast du im Hand und in dem Moment, wo du frei fühlst, über Gefühle sprechen kannst, dein Leben glücklich gestaltet, wenn du lachen kannst, wenn du Lebensfreude hast, wenn du Ziele hast, wenn dich etwas begeistert und freust du dich auf diese Liebe, auf die Verbindung auch, dann erreichst du, dass er von alleine kommt, weil ich sehe die Nachrichten, ich sehe die Kontakte, es ist wieder das Treffen, aber es wird anderes verlaufen, das hat eine andere Qualität, wie in den letzten Tagen, wo du auch so geschrieben hast, es war ein bisschen unpersönlich, natürlich, weil Saturn hat einen starken Einfluss gehabt in beiden Tagen, auf die Gefühlsebenen und das Saturn ist, kann auch die Kälte sein, also ich habe diese Kälte auch gespürt und es ist wichtig, jetzt die Wärme reinbringen in diese Bindung. Und jetzt ist der dritte Teil von diesem Beratungsvideo und der dritte Teil kommt, das interessante Teil, die mediale Botschaft und ich befrage die Quelle, was sagt zu diesem Horoskop oder deiner Beziehung oder zu diesem Leben. Ich grüße dich und ich bringe Struktur rein. Du befindest dich in deinem Weg aber die Tränen Sollen dich nicht begleiten Du hast viel geweint und das ist wie eine Wolke begleitet dich all diesen Jahren Du sollst nicht viel nachdenken, sondern dich entspannen All das hinter dir lassen und sagen Ich entspanne mich Ich bringe mich ins Licht Ich habe keine Sorgen Ich laufe nicht weg Ich laufe nicht weg Sondern ich habe Spaß am Leben Am Tränen zeige ich Rücken Und ich werde lachen weil das macht mich glücklich Und genau das ist meine Aufgabe Und es geht Und ich komme immer mehr nach oben bis zum Sonnen Mit ein Lachen Und die anderen werden das sehen Dass ich strahle Es ist positiv Es ist schön Ich kann lachen Und ich kann auch lieben Und die Liebe Werde ich bekommen Und ich zeige Ich sehe das Und es freut mich Weil es ist schön Und diesmal ist es keine Lüge Keine Süßigkeiten Weil da habe ich keine Zeit Ich denke jetzt anders Weil ich mich anders fühle Dann sage ich noch Ich schaue nicht nach unten Sondern immer nach oben Und ich habe keine Angst Und wenn ich Angst verspüre Dann gehe ich in die frische Luft Und zeige ich Dankbarkeit Man braucht nicht Aber das nehme ich ernst Weil ich will nicht mehr weinen Habe ich keine Lust Auf diesem Sorgen Sondern ich sehe Dieser Tag zu kommen Sein Gesicht Sein strahlendes Lachen Und das bedeutet für mich viel Und ich laufe nicht davon Das habe ich hinter mir gelassen Das war immer mein Problem Sondern ich zeige diesmal Vertrauen Und das fühlt sich so gut an Es ist kein Schmerz Sondern ich glaube daran Und es ist schön Ich vertraue auf diesen Mann Auch wenn er jünger ist Ich spüre seine Zärtlichkeit Und das was ich möchte Und meine Aufgabe ist Das zu sehen Und ich spüre seine Hand Und es gibt mir Kraft Und ich fühle mich frei Und ich kann lachen Weil ich glücklich bin Und ich weiß, dass er kommt Er kehrt zurück Das weiß ich Und ich könnte singen Weil ich schaue nach oben Und ich sehe die Sonne Und es ist nicht der Berg Was ich immer gesehen habe Diesmal sehe ich die Sonnenstrahl Und ich weiß Diese Sonne bleibt Und es wirkt Weil es lacht Und ich selbst Bin ich stark am Leben Ich bin eine Blume Ich habe das geschafft Ich fühle mich so Eine zarte Blume Und diese Blume trägt Die Sonne und das Wasser Und das bin ich So ein Mensch bin ich Und ich glaube das Es ist so schön Das bin ich Eine wunderschöne Blume Und er hat Auf diese Blume gewartet Und wir beide Haben eine Aufgabe Das zeigt Unser Herz Weil unserem Herz schlägt Ja das sehe ich so Und ich habe diesen Berg Hinter mir gelassen Auch die Tränen Und ich fühle das Und es ist ein schönes Gefühl Ich habe lange Auf diesen Gefühlen Gewartet Und das weiß ich Weil ich bin Weil ich bin selbst Und ich selbst Bin diese zärtliche Blume Und ich weiß Er sieht mich so Ich sehe in sein Lachen Er ist glücklich Und das ist meine Geschichte Und ich sehe jetzt meine Sonne Und ich spüre mein Wasser Und ich kann lachen Weil ich bin glücklich Ich habe ein schönes Leben Und so bin ich selbst Und stark Und ich mache etwas tolles Von meinem Leben Und ich persönlich Ich persönlich Weil mein Leben Wird schön sein Und ich bin glücklich Weil das Was mich erwartet So Liebe Lisa Das war die Horoskopanalyse Die Kartenlegung Und die mediale Botschaft Dazu Und ich möchte bedanken Für dein Anvertrauen Und ich möchte bedanken Auch für das Zuschauen Eure Dendera Wo ist denn das? Und ich möchte bedanken